Hey Wender, wollen wir was zusammen spielen? Ja, let's go. Gerne. Das Spiel heißt höher oder niedriger. Oder kurz Höni. Okay. Eine 7. So, das war die zweite Karte. Die Frage ist, ist die Zahl höher oder niedriger als 7? Okay, Leute. Okay, Leute. Ich brauche jetzt... Ich brauche euren Support. Ich brauche euren Support, Leute. Ich mache... Ey, wir machen jetzt hier nur Vorhersage. Okay, okay, okay. Ich bin selber gespannt. Ah, Leute. Ich bin selber gespannt. Was sagt mein Bauch? Ich weiß es nicht. Ich sage, sie ist... Ich sage auch, sie ist niedriger. Ich glaube, sie müssen nämlich actually mit einem... Mit eines der höchsten... Mit eines der höchsten Dinger. Und die Antwort ist... Nein! Als ob... Als ob... Nein! Es kann doch nicht sein, Junge.